Hallo, ich wollte auch mal meine Meinung dazu abgeben, was gerade in Hamburg passiert. Diese ganzen Reichen und Mächtigen, die sich da gerade treffen. Ich sag euch jetzt mal meine Meinung. Das kann ich angehen. Gib mir das. Ich hab damit doch nichts zu tun. Was soll denn das jetzt? Brauchen wir das Auto. Das können wir doch nicht machen, Mensch. Seht ihr, was ihr davon habt? Seht ihr, was ihr davon habt? Neue Poffe, der Scheiße. Das können wir doch nicht machen, Mensch. Ach, ich habe mich nicht mehr.